Hallo, ich bin's Elisa und ich liebe ja Geburtstage und wenn dann noch fitnessraum.de zehn Jahre alt wird, dann ist das einfach ein mega schöner Grund zum Feiern und ich möchte hiermit ganz, ganz liebe Geburtstagsgrüße senden und alles Gute wünschen. Ich bin so, so stolz, ein Teil dieses großartigen Teams zu sein und ich finde es einfach fantastisch, dass wir so viele Menschen dazu bringen, sich zu bewegen und dabei helfen, einen fitten und gesunden Lebensstil zu führen. Ja, ich hoffe, dass wir noch ganz, ganz lange zusammenarbeiten, schöne neue Workouts drehen für die Zukunft und somit dann auch noch mehr Menschen dazu bringen, gemeinsam mit uns Sport zu treiben, von zu Hause aus und einfach fit und gesund und leistungsfähig durchs Leben zu gehen. Bis ganz bald, alles Gute für euch, Tschüss!